Weihnachtszeit bedeutet Transferzeit. Spieler verwenden Klubs für mehr und mehr Geld jedes Jahr. Sie bekommen all die Medien attention. Bundesliga hat diesen Moment, die Spots auf die Fans zu setzen. Winter-Transferzeit, die Spieler gehen dahin, wo das Geld ist. Und so die Idee ist, sie können ja als Fan natürlich auch dahin gehen, wo das Geld ist. Und zwar glauben wir, dass sie auch für einen anderen Verein, den sie wahrscheinlich auch sehr gut kennen, sehr, sehr nützlich sein könnten. Jetzt mit anderen Worten, ich soll BVB-Finn werden. Ja, natürlich. Sie sollen der BVB-Finn werden. Sie sollen der 12. Mann werden. Das ist eine ganze Image-Kampagne, die wir uns natürlich für sie ausgedacht haben. Dein Gesicht auf dem Mannschaftsbus. Ja, also ganz ohne Geld geht's nicht. Wir reden hier über viel Geld. Darf ich mal die Jacke ausziehen? Ja, 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 ja. Es sind 60.000. 150. Letztes Angebot. 200.000. Nee, es ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage des Herzens. Du wirst als Bayern-Fan geboren. Dann würde ich ja meine eigene Realität verkaufen. Ich sehe, wo ihr Herz schlägt. Okay. Dann ist es so. Dann war's das. Das war's. 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 Das war's.